Technik und Leidenschaft, das sind die beiden Motoren, welche die Mitarbeiter der Modelleisenbahn GmbH vorantreiben. Was aus dieser Kombination entstehen kann, sieht man an den Produktionsstandorten der Marken Roco und Fleischmann. Eines davon ist die Modelleisenbahn SRL, welche sich im rumänischen Arad befindet. Hier werden Modelle lackiert, bedruckt und montiert. Unterschiedlichste Abteilungen sorgen dafür, dass die Modelle von Roco und Fleischmann vorbereitet, zusammengefügt und an den Handel geliefert werden. Die Vormontage, Oberflächenbearbeitung, Entmontage von Lokomotiven sowie Wagen, die Montage von Zubehör, Steuerungen und Pantografen, die Logistik sowie die Qualitätssicherung. Zum Start des Produktionsprozesses müssen die Planungsabteilung und die Logistik dafür sorgen, dass das benötigte Material für die Fertigung vor Ort ist. Die Einzelteile werden auf Projektebene kommissioniert und für die Linien vorbereitet. Diese Aufgabe übernehmen erfahrene Lagerarbeiter, die alle Komponenten sammeln, zählen und für die Weiterverarbeitung bereitstellen. Am Ende sorgt die Lagermannschaft auch für eine sichere Auslieferung der Fertigware. TechnikerInnen und IngenieurInnen kümmern sich in weiterer Folge dafür, dass alle Vorrichtungen und Maschinen funktionieren und rechtzeitig für jedes Projekt zur Verfügung stehen. Um mögliche Mängel im Vorfeld auszumerzen, wird von jedem Modell vor der Serienfertigung ein Muster gebaut. Außerdem übernimmt die technische Abteilung die Schulung der Mitarbeiter, die sie auch durch die einzelnen Bauschritte begleitet. Ein weiterer wichtiger Produktionsschritt ist die Bearbeitung der Oberfläche. In der Lackiererei werden die Pantografen, die Elektrolokomotiven und andere Kleinteile lackiert. Und in der Tampondruckerei werden Gleise und Zubehörteile mit feinsten Drucken versehen. Wenn alle Komponenten vorbereitet sind, beginnt die Montage. Um die vielen feinen und empfindlichen Teile zu einem hochwertigen Modell zusammenzufügen, brauchen die MitarbeiterInnen ruhige Hände. Geschick, viel Geduld, gutes Sehvermögen mit einem Auge für Details sowie technische Affinität. Neben dem Montieren der Einzelteile wird gelötet, punktgeschweißt sowie Teile zusammengepresst und letztendlich die Modelle optisch als auch elektrisch geprüft. Als Unterstützung der Fertigung dient die Qualitätssicherung, kurz QS. Die QS-Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Vorgaben jedes Modells bekannt sind und eingehalten werden. Um zu gewährleisten, dass nur einwandfreie Modelle an den Handel ausgeliefert werden, sind stetige Kontrollen der einzelnen Produktionsschritte sowie eine ausführliche Endkontrolle notwendig. Daher sieht man an vielen Stellen die Modelle der Marke Roco & Fleischmann auf Teststrecken rollen. Den Kreis schließt die Serviceabteilung, die für unsere Kunden allfällige Reparaturen vornimmt und in Abstimmung mit dem Customer Service aus Bergheim Feedback vom Markt sammelt. Diese Informationen sind für die kontinuierliche Optimierung der Produktionsprozesse äußerst wertvoll. Das Team in Arad zeichnet sich durch viel Engagement sowie Motivation, hochwertige Modelleisenbahn-Miniaturen für unsere Kunden zu produzieren und vor allem durch Spaß an der Arbeit aus. Willst auch du Teil der Modelleisenbahn GmbH werden? Dann spring auf den Zug auf! Wir freuen uns, wenn du Teil unseres Teams wirst!